gut aber läuft mikrofon läuft action wenn sie erleben ach so ja natürlich warte das ist dann jetzt hier himmels und pippels und daraus sind wir man hört sich nicht unten hast du noch den punkt so dann gehst du wieder auf deinen komisches video ja genau und einstellen ist sie bei dir auch so laut nö nö wie nö nö tommi grüß dich tommi gute gute ja ich habe die klappe bis das eingestellt ist so ok abend liebe die auch zu mir heißt nur abend euch beiden unter tommi liebe kitty woher wollten ihr wissen dass die ich verstehe das kommt ruhig sonst richtig ganz leise ach die leute wisse gar nix gar nix ja ja woher was hast du jetzt würde die mut kommen gehen wir hier auf option schaltet euch mal schaltet mal bei euch das mikrofon in dem ding da aus der option mache audio genau hier oben wo ist aktiviert nein gut perfekt gut 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 ja bei dir ja beim roboter vermutlich noch nicht schreibt es geht in ihm spiel das geht im spiel stürmen mikrofon koch ja das kannst du auch nicht hören weil das mikrofon guten gutes mikrofon ist ja entschuldige bitte dass mein rechner nervt ich hätte es ja lieber eingelassen aber so ich starte schon mal also fortsetzen fortsetzen die zombies rennen ja 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 lass lass mal die so wo ist nicht aktiviert genau und also bei audio ganz unten irgendwie ist es wo es steht auf nein oder so oder nicht aktiviert bla 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 aber sonst hört mir das dann in game einladung gehen dann raus mhm kürgeri wow okay mhm was ist mhm nuig Ich bin jetzt verrückt. Ich werde zufrieden. Du bist schon nochmal da. das wird nichts war zu viel war zu viele wir sehen noch hier oben hatte man hatte man hatte mal hatte mal hatte mal da kommen wir in die stadt da ist keine tankstelle nahe ich laufe einfach weg einladungen abdeck gekriegt ich bin soweit in ordnung warum habe ich denn hier die flasse steiner jetzt kommen die die lasse ich erst mal da mitgenommen klar ich bin dann schon mal ihr müsst definitiv auch dann mal ein bisschen gucken dass ihr essen bei schafft ihre jagen also nicht ihre töten und ausnehmen wenn ich das jetzt für drei leute macht und habe ich nichts mit nichts anderes mehr zu tun du hast doch gewährt habt ihr doch nicht dann ist es okay dann muss ich mal gucken wie wir es machen außer du weißt wo du sie gefunden hast dann können wir gucken dass wir da vielleicht noch mal hingehen du hast du ja musst sowieso erst wieder deine anfang quests machen und dann kriegst du ja jetzt geht es schnell und dann kriegst du doch sowieso die quest für den händler das sehen soll aber ob der am anfang schon eine knarre hat das weiß man weiß ich finde den händler das habe ich jetzt auch händler finden sagt mir bescheid wenn ihr da seid das genau das doch die karte da hinten ist der händler hier ist der händler nein gd das ist die karte ja ich wollte mir doch zusammen gehen ja ich bin noch bewegt was block dann hier auf also die das spiel das auch zu wünschen übrig das leckt doch bei dir ihr müsst mir nur sagen wann ihr da sein dass ich euch in die gruppe einladen kann jetzt was ich tue schon mal hier so geht es schon mal hier für euch ja dass ihr mir auf den sack gehen könnt ich bin da okay ich schickte gleich die anleitung wer eine anleitung ja okay machen wir es so abtaste und fertigkeiten ist es nicht wir sind hier bei dem mimikens ganz rechts und alle briefumschläge die wir du bist hinter mir 500 meter du siehst mich nicht noch einmal moment gibt es noch mal options wo bis können aus und entfernen er wird gar nicht entfernt auch nicht entfernt muss gehen ok robert muss noch annehmen das ist noch ein brief und flach und warum mit deutscher weise ich wieder und am blauen pfeil der blaue pfeil ist der norbe und da weiß sie ist die gt du siehst gt ja aber nur den pfeil nicht den namen soja ja und das musste annehmen gehen noch mal in ding da in dieses menü habe doch manchmal nicht schmeißig noch mal raus sind das hier hier hat das auflösen ok jetzt sehe ich keinen mehr macht das auch mal gehen wir überall raus da bist du herausgegeben hat beim robert jetzt hier oben endlich verlassen dann müsste robert auch noch mal die komplette gruppe verlassen wenn es geht und dann tue ich noch mal neu einladen du klickst du gehst auch wieder dahin wo du die einladung angenommen hast und klickst auf die symbole und irgendwo geht dann pop dann fenster und verlassen die gt und robert habe ich geschickt so bitteschön ok ok jetzt sehe ich beide und also jetzt sehe ich euch beide und du siehst uns auch beide genau jetzt passt sache gott sein so ne eigentlich nicht so abklingzeit ist vorbei ok die leute können anfangen hier hinten will ich nicht in jedes verbrannte gebiet also hier sind wir falsch wir müssen am krankenhaus immer vorbei oder so wie läuft bei euch der stream ist das ok ist es nicht ok keine ahnung es ist ton ok ich weiß es nicht drei leute sind da der tommy tommy was sagst du wie läuft der stream passt das vom sound oder ist zu laut zu leise feuer von gestern so jetzt haben wir erstmal hier ein händler ausrauben und bis jetzt alles gut okay dann geht hier hin wir pflanzen okay was haben wir hier mit ding gefunden ja ich bin beim händler ja ja wo den karten nur noch looten ne ich glaube ich bin beim händler gut vielleicht ein bisschen weh ein rezept gefunden cementwischer dann kann man schon mal bauen so gehen wir mal da rein ach irgendwer kam gerade die tür rein und was was ist es erst zur begrüßung bei dem händler eine beule in die tür kloppe du hast ja mal alles um siehst alles natürlich habe ich gehört natürlich musst du auch da 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 bin ja ja sag's nur ich muss mich anmelden oder finde den hinweg hast du die jetzt auch gefunden ja ganz schön weit mir fehlt warte mal 7 oh sie Robert, 500 Meter, das ist doch nicht weit. Das ist doch nicht weit, Robertchen. Okay, gut. So, dann bin ich hier fertig. Rein vom Prinzip. Und du kannst auch eine Quest von dem annehmen, wenn du willst. Also ich erkläre, ich mache mir dann. Ja, das machst du ja immer eigentlich. Ja, gut, dann machen wir es zusammen. Das ist ja eh, glaube ich, egal. Du bist ja eigentlich nur mit dem Reden und dann hast du es... Oh, geht dir das schon wieder, was er prügelt? Das geht automatisch. Ja, ja, klar. Ah, der Robertchen ist da. Robertchen sagt er, wo denn? In seinem langen Bad. Wo? Ah, Gott. Beim Händler. Beim Händler? Robertchen ist doch nicht beim Händler. Ich habe keinen Sinn, er hat mich schon. Warte, meinen Sie, ich bin... Ich habe einen Halluf. Ja. Ich habe gehört, nämlich, ich bin 400 Meter nur wert. Und sage, ich bin gerade beim Händler reingekommen, du. Ich glaube, ich sehe sie genauso auf Südorober. Dann brauchst du auch noch einen Bart. Schatz, das könnte schon mal passieren, dass man im Bart wächst, ja. Dann machst du das. Hast du mich nicht gesehen? Ich achte auf sowas nicht. Oh, nein. Da kriegt er gleich eine gewatschelt. Warte, will er das nicht, oder was? Oh, warum kam er schlecht wieder draußen? Warum haust du mich gerade? Warum tust du das? Weil du so best bist. Was mache ich denn? Okay, dafür kriegst du nichts zu essen. Ich habe jede Menge Essen dabei. Doch, ich brauche aber was. Ich brauche aber was. Ich brauche mit dem Rot-Bot. Ja, ja, so. So, Aufgaben. Was wollen wir machen? Eine Abholung. Hast du ein Rote-Kreuz-Verband dabei? Eine Abholung. Teile ich dann mit euch, wenn der Robert da war. Was willst du haben? Ein Rote-Kreuz-Verband. Also, du willst von mir eine Heilung haben, ja? Ja. Okay, hier, ess das. Los. Danke. Hier, gib dir noch was. Hier, ess das. Dann heilst du schon wieder. Ja, ja. Das ist so, als habe ich es gegessen. Da vorne ist ein Sektchen. Bevor es verschwindet. Ei, 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 ei. Ich bin schon hinlaufen. Ne, ist passiert. Wann ich nicht? Einmal anklicken. Ich bin nicht gedrückt, halten. Robert ist in 400 Meter da. Warte mal, ich komme, geh mal am Robert helfen. Der kämpft sich hier durch schlechtes Wetter. Und wenn ich ess grad was? Ach ja, ist das Essen wichtiger wie der Robert? Alles klar, Robert, ich helfe dir. Wenn ich in die Hälfte bin. Ich bin der Einzige, der dir hilft. Denk immer dran. Du Schleimbeutel. Denk immer dran, Robert. Denk immer dran. Ich bin derjenige, der dir hilft. Oh ja, ich sehe ich, gell? Sag, das ist mal stehe. Für den Müll? Ja, nett, dass die Leute drüber fallen. Warum rennst du mir so hinterher? Willst du Robert jetzt auch helfen? Ich will mein Essen zurück. Ich will sofort mein Essen zurück. Und du fliegst aus der Gruppe. Der ist so wie du allein zu überlebst. Du wolltest sowieso mal alleine spielen. Ja, dann bepisst euch. Ich mache meinen Scheiß alleine. Und wenn ich gute Waffen habe, dann komme ich euch überfallen und klaue ich eure Zeug. Ich bin auf dem Weg. Wenn ich den Baumstumpf hier weg habe. Nein, die Baumstumpf ist wichtig. Da ist Honig drin. Und mit Honig kriegst du... Nee, gar nicht. Du hast da nicht immer Antibiotika. Du kippst eh gleich um. Du bist tot. Bitte. Sorry, hier ist ein Nest. Das ist nett, dass da jemand sich dran verletzt. Robert, ich bin nur unterwegs zu dir, Robert. Mit mir redet der gar nicht. Der redet gar nicht. Ich bin da in... Ah, hallo. Wer rennt denn da vorbei? Das ist die GD. Das ist die GD. Bist du in der Hütte? Ach, da bist du auch. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und was für eine Hütte ist? Der ist ja bei uns zu Hause. Ach so, dann legt man da deinen Schlafsack. Oben auf dem Dach. Zeig ihm mal, wie das kommt. Komm mal, Robert. Ja, da fehlt jetzt so eine Kiste. Ich habe so eine Kiste dabei. Da fehlt so eine Kiste. Oh Gott. Robert, ich bin da. Ich helfe dir. Ich habe die Kiste dabei. Ja, ich helfe dir, Robert. Die Frau kann das nicht. Ich mache das, Robert. Ich kann das auch. Aber ich kann es ja machen. Gell, glaube ich. Robert, ich helfe dir. Ich helfe dir jetzt, mein Freund. Ich helfe dir. Ich bleib nicht so rum. Warum sieht denn das bei mir so scheiße aus? Guck mal. Die haben helllichte Dach und bei mir ist es richtig dunkel. Warum? Robert, ist es bei dir, wenn du in den Himmel guckst, auch grau und regnet? Oder ist es bei dir weiß? Hell. Sonnenschein. Nee, dann, Robert, ich habe nie was gebaut, dann kannst du hoch. Ah, die Wolken sind gräulich. Gräulich, okay. Und die Giddy? Die hat hier den hellsten Sonnenschein. So, dann wollen wir jetzt hier auch noch was. Ja, ja, und da, Robert, ist die Leiter. Da musst du hoch. Auf. Genau, ja. Moment, ich muss noch was bauen. Ich muss noch was bauen. Okay, das weißt du. Komm schon, Robert. Ja, wie kommst du denn der Toto? Du musst das doch dahin stellen. Ja, ich weiß nicht. Hast du das jetzt selber gebaut? Ja. Wow. Ja, rechte Maustaste. Gut, fertig, das war's. Jetzt wieder weg. Reicht du das eine? Ja, eins reicht. Ich muss noch ein bisschen mit Anlauf. Du musst wegscrollen, sonst hast du immer wieder eins in der Hand. Ist leer. Oh. Hier unten sind die Räuber. Irgendjemand macht hier die Fenstern kaputt. Das bist du, Robert. Nein. Sicher, sicher. Ich bin da oben. Hast du deinen Schlafsack gesetzt, ja? Warte mal, ich mach mal das Spiel ein bisschen leiser, dass die Leute euch ein bisschen besser hören. Gesamtlautstärke. Umgebung. Aber ich muss ja das Wunderste wieder wegtun, war doch irgendwas, okay? Ich meine. Mach jetzt halt erst wieder eine. Was musst du? Ich muss das Wunderste wieder wegtun. Ah ja. Ich setze das gut, okay, okay, okay. Nee, wie gesagt, wenn du jetzt nochmal guckst. Drei Zuschauer, genauso wie gestern. Wow. Äh, geh die guckst du nur mit zu? Du kommst angeschlichen, warum? Weiß ich nicht. Jetzt ist besser und nimm dir eine Antibiotika. Ich sag's jetzt zum dritten Mal. Ja, ich wollte ja da hoch. Aber? Aber dann hab ich was gesehen und dann wollte ich nochmal losgehen. Aha. Hm, 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 hm. 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 Ne, es hat keine Antibiotika. Ja, ich stehe das Antibiotika. Kiste. Ich stehe ohne. Hm. Hm. Hier unten sind Kisten. Kann auch sein, dass der eine, ich denke, hier ist auch eine für den Robber dabei. Oh. Aber eins. Das ist, äh. Na gut. Robert, hier unten sind Kisten, hier draußen, äh. Äh. Dann müssen wir echt mal, so. Dann müssen wir echt mal gucken. Wir sind eigentlich schon Antibiotika drin. Hm. Wir haben schon zu viel gesehen, gebaute. So, Robert, wenn du was zu essen brauchst, sagst du Bescheid, ja? Ich hab bei mir, warte mal, ihr habt zwei Eier und... Und... Nein, das musst du kochen, das kannst du nicht roh essen, du bist krank. Ich lass mir aber auch Eier hingen. Ne, hab ich, glaub ich, äh... Na, warte, Robert, ich geb dir was ich hab dabei. Hm. 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 Ich weiß mal, wo Antibiotika ist. Hm. Ich weiß mal, wo Antibiotika ist. Wenn wir überhaupt noch welches haben. Weiß keins. Da ist keins. Da ist keins. Ich glaube nicht. Wie war ich. Also ich bin blind. Oh. Ne, meine Kiste. Da hat man eins, gell? das sind die blauen pillen da müssen wir in die häuser luten wir können wir machen robert wo ja genau aber hier ist immer noch eine kiste würde ich so und dann müssen wir mal gucken dass wir eine andere putze hier finden das ist mir zu groß die bude ist mir zu groß okay wer hat sie gehörst du hast gewohnt es gibt jetzt noch was richtiges zu essen und zwar ok das ganze was ist so eklisch das gut ist ein teil können ja dann hätte es auch erst mal was essen hast du jetzt das ok gut gehen die stark luten gd also hier folgt mir wenn ihr wollt ach so ich tue die quest noch mit euch teilen ja ja genau die quest teilen das ist das hier das ist das hier ist das hier ok müsste nur annehmen du gehst abtaste dann oben da wo die drei mimiken sind ist so ein ausrufezeichen ja und dann muss unten den grünen pfeil anklicken hast du ja links ist und so ein haken so zum abhaken so okay dann begibt sich zum sammelpunkt ach du warst du nicht beim händler so dann kommen mit aber die quest hast du angenommen oder was er kommt da gehen wir erstmal zum händler da hinten ist ja auch die quest wir brauchen antibiotika gucken mal ob der händler antibiotika hat ansonsten kohle mitnehmen was hast du hast den prozent du bräuchte zweimal honig hier ich habe nicht dabei scheiße baumstümpfe abkloppen wenn es geht warum schön verkloppen aber ich werde zu also das rappensteigen wie früher 1 gut gut ganz gut 1 mal Dieses Wetter, ne, ist echt Katastrophe. Ist bei mir nett, doch jetzt fängt es an zurück. Ja, und jetzt wird es auch kalt. Danke, danke. So, komm mal mit, Robert. Da vorne rein, genau. Hier links. Die hat Schmerzmittel. Gucken, hier. Ne. Was soll ich gucken? Antibiotika hat sie aber nicht. Gut, wenn du guckst, brauche ich ja nicht. Essen Honig, hatte ich vielleicht Honig. Pilze. Pilze, Wildbrät, Kartoffeln. Und die Kartoffeln würden mich reizen. Hast du eigentlich Kinderweig? Ja, warum? Ein bisschen, ein bisschen, natürlich. Wenn ihr meistens kein Geld dabei habt, zu bringen. Die Kartoffeln habe ich mal gekauft, die brauchen wir später. Bier, haben wir mehr Honig, Bier, scheiße. Okay, gut. Robert? Ja. Hast du? Geht die Quest eigentlich jetzt? Ja. Hm? Ne. Wie, ne? Was soll ich denn da tun? Warte mal. Ich gebe dir, ich teile die Quest noch einmal. Kann ich die noch einmal teilen? Hier. Guck mal, Robert. Kannst du jetzt annehmen? Ne? Oben, oben Ausrufezeichen. Und dann links unten. Da ist ein Häkchen, eine Karte unten, ein X. Dann gehst du auf dieses Häkchen. Ja, aber da tut sie nichts. Da steht die unten drin. Unter dem Häkchen. Ist sie da angezeigt? Also, da steht nur Rede mit dem Händler abgeschlossen. Bei mir. Okay, warte geht die. Warte. Rede mit dem Händler abgeschlossen. Ja, und jetzt, wenn du Tab-Taste drückst. Er gibt dich zum Sammelpunkt. Warte mal, komm. Ich nehme eine neue Quest. So, Robert, noch einmal. Ich habe die Quest abgebrochen. Okay. Wirst du auch was machen? Hm, ich glaube, du hast hier auch noch mehr drin. Guck mal. Ja, okay. So, ich nehme eine neue Quest an. So, du. Okay. So. Okay, ich teile die jetzt. So, guck du mal. Ich habe eine Abholung. Ich habe, äh... Dann drückst du Robert Tab-Taste drücken. Ja, jetzt soll das genug machen. Hast du an. Okay, und da gehen wir jetzt hin. Ist eine Abholung. Jeder von uns muss da eine Tasche rausholen. Aus dem Gebäude. Nicht zu säumen. Nee, nee, das ist eine kleine. Level 1er. Warum kannst du schon so ein Hammer machen? Weil du schon da einen auch hast. Du hast sogar ein Level 3 Hammer. Ach so. Warum rennst du eigentlich so schnell vor, wenn ich dich fragen darf, Gede? Du bist mutig, bist stark. Ich weiß es auch nicht. Doch, doch, du weißt das. Du bist todessüchtig. Du bist todessüchtig. Ach, hier sind wir doch in dem komischen Gebiet da. Ja, genau. Ich verstehe. Du auch ehren und... Nee, ja, doch, doch, ich glaube, ja. Ich hab hier auch, hier bin ich doch schon zweimal getötet. Und das war doch hier, glaube ich. Ja, 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 ja. Warte, ich aktiviere es gleich. Hier ist eine Hundöte. Wo eine Hundöte ist, ist eine Hund nicht weit weg. Aber auch nicht immer. Kommt ihm mehr drauf an. Ja, auf was? Ob ein Hund da ist oder nicht. Irgendwo macht's doch wahr. Ist der Fliecher, komm. Ach, du bist da noch drin? Hm, dann müssen wir die Quests eh erst noch aktivieren. Okay. So, Robert. Ich aktiviere die Quests. Da ist 61. Nee, wir sehen noch gar nicht. Hier, wir müssen weiter. Ist natürlich das nächste. Nächste Gebäude, ja. Oh, Mann. Willst du es mal ausruhen oder geht es so? Ich schüpp hier rüber. Okay, ich auch. Warte mal, ich will hier erst mal gucken, ob es dem noch was gibt. Höchstens da oben. Oh ja, da oben ist was. Hier ist ein Buch, will das jemand lesen? Auch da ein Bewegungssensor. Hm, ja, kannst du lesen. Da hab ich das so geschaut weg. Na, komm. Wieder beladen. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich hab noch ein bisschen Platz. Ja. Es ist immer so, dass du Platz hast. Nö, ich nö. Stimmt doch gar nicht. Ich war auch schon alles drum. Sei ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin immer ruhig. So, ihr könnt schon zu den Fragezeichen laufen. Robert, der Gitti neben dir ist ein Zombie. Ich weiß nicht, ich hab's grad gesehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Ja, gut, okay. So, ich komm runter. Abfahrt. Okay. Ja, komm, Herr. Die Quest ist aktiviert. Was ist los Robert? Wo bist du? Im Haus und da ist gerade ein Zombie vor mir erschienen. Ja, das war, weil ich die Quest gestartet habe. Ich wusste ja nicht, dass du da schon reinrässt. So, jetzt müsst ihr oben auf eurem Radar gucken. Wo eure Kiste ist, ne? Eure Tasche. Meine Tasche? Das sehe ich da nicht. Auf diesem Level. Du musst irgendwo in der Nähe sein. Ja, das ist nicht hochlaufen, das ist bei dir nicht runterlaufen. Das ist genau so. Sonst wäre über den Symbol ein Pfeil nach oben oder ein Pfeil nach unten. Also muss es unten sein. Nein, hier. Auf dieser Ebene. Na ja, meine ich doch. Muss es hier sein. Dann sagt er auch hier und nicht unten. Gut. Jetzt hier. Hier oben irgendwelche Sachen. Äh. Nö. Doch, ich bin nur im Dach. Äh. 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 Ja, was ist denn? Meine Kiste ist noch hier? Meine Kiste ist im Dachboden. Nö. Okay. Gut, okay. Was ist los, Robert? Oh. 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 Nö. Kaffee. Leer. Was ist da los? So. Du wirst hier nur knorze, knorze. Tommi schreibt, jetzt geht's los. Ne Tommi, ich glaube es geht nichts mehr los. Ich glaube der der Boom ist vorbei. Habt ihr eure Tasche schon gefunden? Ne, ich muss durchs ganze Haus. Ich hab andere noch nicht. Hier ist die Toilette. Die Toilette war der schon. Ja, war ich gerade eben. Ein Tresor? Ich hab irgendwo ein Tresor gehört. War das bei dir, Robert? Ich glaube, ich hole was noch. Ne, bei mir war es nicht. Okay. Okay. Ach, zerlegen. Okay. Gut. Ne, was hier soll ich muss ganz hoch. Boah, das läuft gut. Denk dran. Wo ist das hier? Ist doch nicht durchgegangen. Ich bin jetzt jeweils durchgegangen. Ich bin da nicht mehr durchgegangen. Was? Ihr seht ihr? Guck mal. Okay, pass auf. Siehst du nicht? Ja, warte mal. Guck mal, du hast ja diese Tasche. Setz, mach die mal mittig, wo dein Kompass ist. Genau in die Mitte. Dass die genau in der Mitte vom Kompass ist. Dann müsste ich jetzt gerade auftauchen. Ja. Dann lauft doch mal. Ja, nicht gegen die Wand. Das kann nicht sein, dass die hier rum ist. Oh, der steht so oben auf dem Schrank. Das kann ja auch sein, dass die auf dem Schrank ist, Schatz. So. Und das ist doch so ein gelbes Symbol. Hi Kimpel. Gelbes Symbol. Und da hast du oben drüber, entweder hast du da ein Pfeil über der Tasche nach oben, dann musst du höher. Oder so ein Pfeil nach unten. Musst du einen Stockberg runter. Ist kein Pfeil da, bist du auf der richtigen Ebene. Da müsst ihr dann halt euch mal ein bisschen umgucken. Also meins ist definitiv auf dem Dachboden. Hier ist sie doch, da. Da hast du ja nichts geguckt. Was sag ich, ich hab den Pfeil. Wo war es? Ach, da oben im Bad, okay. Ja. Da hab ich vorhin schon drin gewesen. Hab ich vergesst, bei uns nach oben zu gucken. Okay, so. Robert, wie sieht es bei dir aus? Ja, hab mir gleich schon. Hast du auch gefunden, okay. Okay. Dann können wir eigentlich zurück, wenn wir alles geholt haben, gehen wir zum Helden. Händler zurück, ups. Ich bin raus, also raus und von oben vom Dach runtergesprungen. Na, geht die. Weil, äh, weil, äh, weil, äh, was? Ach nein. Er hat Robert getötet. Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Ich warte mal hier, weil hier muss ja dein Rucksack liegen. Danke, danke, danke. Äh, hier muss um Robert sein Rucksack irgendwo sein. Oder hast du den aufgehoben, Giddy? Ich hab nix aufgehoben. Nein? Er sieht es ja aber, wo, ich seh ihn nicht normalerweise, da ist er. Hier ist der Rucksack. Guck mal rein, was er alles hat. Oh ja, kann ja mal gucken. Okay, das ist gut, ne? Ist okay, ist okay, ist okay. Die Blechdosen, die kannst du zerlegen, Robert. Die musst du nicht unbedingt mitnehmen. Nö, das passt. Das passt. Gut. Wir haben 15 Uhr, heute Nacht rennen sie sowieso. Seid ihr schon Richtung Händler, oder? Wer ich? Nö. Auer, eine Stunde, was ist mit mir passiert, hat er mich? Gebrochen, er ahn. Hier, bei mir. Achso, komm her Robert, komm mit. Hier lang. Äh, nee, du bist bei der Giddy. Ausdauer. Ausdauer. Ach, zwei Stunden. Jetzt hab ich kein Ding mehr. Was hast du denn da? Ach, ne Schiene. Wo ist denn der Robert, der ist schon wieder geflitzt? Ein Sachen holen. Ach, du hast das gefunden. Ausdauer, die Hörbahn, ne Birke. Eine bitte. Ich bin doch schon wieder infiziert, glaube ich. Okay, da benutzen. Äh, Giddy, hast du eventuell eine Schmerzmittel? Eine weiße Tablette? Nein, nein. Ich hab... Ich brüchstet ja selbst so ein... Äh, äh, Dings. ... zu legen. Gut, okay, dann lass uns zum Händler zurückgehen. Wir haben ja alles. Gehen wir da nochmal später in deine Häuser looten. Oder, wir sind zu dritt, wir gehen ins Krankenhaus. Und da holen wir uns das erste Mal. Da waren wir überhaupt noch nicht, gell, die Krankenhaus? Da holen wir uns da dann halt erst mal. Junge, ich hab nur noch 13 Leben. Äh. Ich kann dir verbannt helfen, der ist der Trinkenkörper, aber... Nee, lass mal, ich bin... Bin gerade am... Machen. Altes Spiel, bitte. Ach so. Altes Spiel hat der Kimmel geschrieben, weil du hast gesagt, du hast keinen Sauerstoff. Ach so. Das war, deswegen meint er, baldes Spiel. Im Moment, äh... Ach, du bist einfach nur verwirrt. Genau, bin ich irgendwie durch in der Nähe. Okay, ich hab so ein bisschen die Vermutung. Ähm, zwei Sachen. Die Gilly ist verwirrt und Robert weiß gar nicht wirklich, um was man hier so machen muss. Wenn du Fragen hast, Robert, wie was geht, Frage. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das bringt ja mal dort in der Nähe. Der spielt nicht, Robert? Der hat's mal mit mir und Cartoon gespielt. Ach so, ich hab... Ach so, ich hab gedacht, ich... Robert, den auch? Ahnung. Nee, nee. Ich weiß es nicht, aber ich rede nicht für ihn. Er redet ja nichts, er ist ja so leise. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck, guck. Oder lieber Munition. Die will um 60 Munition, ne? Munition genommen. Ja, nimm die Munition, mehr wird's brauche. Ein anderer Stranger in Need? Ich hab was du dich anstellt. Ich hab auch mal sowieso. Äh, ich hab hier schon das Blödsinn. Ja, ich hab die Schrot-Munition halt. So, will von euch jemand ne Quest annehmen? Was hast du denn schönes? Da sind da, was du irgendwie sagst. Fleisch kann er wegkauen, oder? Was ist Fleisch? Thanks for letting me take care of you. War rottert das. Nee, 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 das kannst du mir geben. Das brauchen wir später, wenn du, äh, vom Land leben skillst, dann brauchst du das für, wie Dünge, Düngemittel halt. Noch mal Abwohnung machen, oder? Du hast ja nichts, oder Vorräte, Abwohnung, oder vergraben, 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 Vorräte ist auch gut. Nimmst du, äh, eine Quest, die nicht so weit weg ist, die 371. Jetzt aber 371. Das ist aber 371. Genau, genau. Das müssen wir buddeln. Oh, this is a dangerous one. Okay. Dann... ...müsste das gehen. Ich weiß nicht, Robert, kannst du auch noch eine Quest annehmen? Also ich mein nur. Ja, Abholung, Abholung, beseitige Zombies, Abholung, Abholung. Mach das, was du willst, was vielleicht am wenigsten Kilometer hat, oder Meter. Okay, so, und jetzt muss, äh, was weiß ich, geh dir, teilst du mal deine Quest, bitte? Äh, wenn du mir sagst, hier, das funktioniert. Tab-Taste, oben auch das Ausrufezeichen. Klickst du einmal deine an, dass die da anklicken, und jetzt oben auch die Mimikins. Mhm. Okay, so, jetzt kannst du da wieder raus, jetzt müssen wir es annehmen. Okay. Robert, dasselbe wie vorhin, ne? Die Quest unten anklicken, dann auf den grünen Pfeil. So. Begib dich zum Sammelpunkt. 300, 38 Meter. So. Ich, ich renne hier voll, ich bin voll der Invalide hier. Was hab ich hier, irgendein Verband am Fuß, im Verband an der Hand, am Kopf hab ich auch Aua. Der ist nicht gewesen, da hinten, wieso ist der, der ist ja wieder nicht gegangen. Wie? Der ist nicht gegangen? Na meine. Der von der Gitte. Ähm. Hä? Okay. Okay, Gitte Teil. Ja. Ähm. Ähm. Äh, begib dich nach Haus Burned 01 und hol die Lieferung zurück. Sei vorsichtig, wir wissen nicht was... Ach, weil du auch eine Quest angenommen hast. Ja. Genau, und die von der Gitte, hast du die angenommen? Ja. Dann kannst du die auswählen von der Gitte, die müsste ja unten drin stehen. Ja, die habe ich ja akzeptiert, aber... Sollte dann normalerweise gehen. Du fählst abholen, du fählst. Hm. Vergrabener Stadt. Ja genau, das ist es. Also, warte mal, ich probiere nicht. Ja, ich glaube, es ist mal nach Hause, ich bin total verletzt und... da ist mal mit. Ja, dann wartet, ich bin ja auch überladen. Wollen wir die Quest machen oder gehen wir ins Krankenhaus? Lass uns mal ins Krankenhaus gehen. Okay. Dann gibst du bestimmt noch Medikamente. Richtig. Richtig. Robert, das Bock? Wollen wir erst mal ins Krankenhaus? Ja, ja. Natürlich, erst mal hier nach Hause gehen, dann aufwerten alles, was so geht halt, ne? Da habe ich hier noch ein bisschen Zeug mit. Und ins Krankenhaus, ne? Dann stelle ich eine Kiste vor das Krankenhaus. Äh, okay. Wo ist denn eigentlich der Robert? Robert, wo bist denn du? Du weißt es nicht, wo der rumgeistet. Komm ich so eh zu euch. Ah, ja, ich stehe. Ja, ich stehe. Aber ich kann nicht so schnell, ich bin überladen. Hm, ja, geht mir genauso. So, das haben wir mit, das haben wir mit. Weg, weg, weg. Äh, nein. Hm, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Hm, klar, ja. Wo habe ich denn meine Monizierung? Ah, schon gut. Schon gut. Schon gut. Äh, oh. Alteisenstiefel. Alteisenstiefel, warum schmeißen die weg? Die wollte ich nicht weg. Ah, dann hebst du auch. Ich habe sie auch gehoben. Gut. Hier, ich tu dir die mal. Gott. So. Solltest du dir auch mal ein bisschen was machen. So, ich nehme mal hier die kompletten Gläser raus. Hier ist noch ein Honig. Aber du hast 17, das bringt ja nicht viel. Ah ja, vielleicht finden wir ja was im Krankenhaus. So, Alteisenstiefel, du hast sie gefunden. Ja, ja, die schießt ja. Die penkt. Und durch das dahe. Warum hast du diese drei Knallen? Du hast Essen und Trinken. Das trifft 30 fürs Krankenhaus, gell? Ja, ja, klar. Du hast jetzt schon Hunger. Und ich trinke auch bestimmt, ja. Okay, Robert, wie sieht's bei dir mit Trinken aus? Naja, trink, ja. Brauchst du? Ne, ne. Ich habe gekochtes Wasser. Eins habe ich. Eins, das reicht nicht. Du siehst doch unten links in so einem Wassertropfen. Wie viel Prozent stehen da drin? Wie viel? 86. 86, okay. Hab 50 Prozent, mehr geht er rum. Okay. Ich trinke muss ich aber mitnehmen. Ja, ich habe gerade die Gläser. Gerade mal aufgefüllt. So, haben wir hier Goldrute. Die roten Pflanzen. Da sind welche. Da sind welche eine. Wir haben 18 Uhr, das ist jetzt nichts ins Krankenhaus zu gehen. Wollte rennen, gell? Mhm. Außer ihr wollt es. Aber das wird gefährlich. Hey, ich mach mal morgen das Rennen aus. Ich meine, Robert ist neu. Der was auch noch nicht so wirklich was abgeht. Der ist mehr am sterben wie am Leben. Ja. Und da kann man das ein bisschen leichter stellen. Oder ich starte alles nochmal. Und ich stelle es erstmal ein bisschen runter. Kannst du das Wärmspielen machen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, geht nicht. Ich bin ja lost, aber es ist wurscht. Nee, es ist nicht wurscht. Wenn du ständig tot gehst, ich kenne dich schon. Verlierst du die Lust am Spiel. Das ist nicht gut. Ah, hier. Also die roten Pflanzen und goldenen Pflanzen, die könnt ihr mitnehmen. Die gelben, aber die weißen braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Das startet. Mach mal, ich muss aber nochmal zum Essen mitnehmen. Sonst werde ich nervös. Warum? Was, warum? Ich bin nervös, oder? Hm. Ja, was? Haben wir eine weiße Tablette zu Hause? Nein. Ich glaube, dass ich wüsste. Also ich habe keine gehabt. Okay, ich würde mal gerade was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier so mache. Und dann gehe ich mal da hin. Und gehe da hin. Eigenschaften durch. Was passiert, wenn ich jetzt so mache. So. Weichern. Okay. So. Gut. Ich spring jetzt Zeug zurück, Robert. Ich gehe kochen. Wasser kochen. Ich habe keine Ahnung. So. War ja auch immer ein Zeug nicht gemacht. Äh. Wasser. Wir machen goldroten Tee. Okay. Kann ich den eigentlich schon. So. Ja. Da brauchen wir erstmal gekochtes Wasser. Sonst geht ja gar nichts. Okay. Dann sehen wir das. Dann sehen wir das. Was hat das gesagt? Eine Zee. Habe ich in der Zee. Eine Zee. aber die schon wieder auf wand erschafft was ist das hier ach so die wolltest du nicht deine kampfstiefel rüstungen habe ich einstecken was ist zu spät robertser vorsichtig zombies rennen was ist los ob schreibt kaum einer leute da hallo wir sind so alles im da wir sind so alles im werk was ist dann los leute was ist dann hier los im bild von migi die da oben um dach hier sind deine schuhe wurde kippel was mit mir selbst schreiben ist doch ja das ist richtig ok nein hier was die kippel geschrieben hat ja was mal was wollen wir machen ich bin eh auch fast am eimer das ist nacht also ich meine trotzdem ins krankenhaus oder was auch immer wir haben 19 uhr das ist jetzt wird m m m m m m m m m Ja, ja, ja. Seid mal, schon Kappel trinken, dass wir ja mit uns kommen. Gute Idee. Das klingt ja. Wie sie gut sind. Bitte schnauf. Oh, Punkte. Vier Punkte. Vier Punkte, okay. Du, mit was kämpfst du im Moment so? Du bist mehr so der Prügeler, ne? Der Sternachst, ja. Oder mit dem Holzknüppel. Okay, dann würde ich, wie gesagt, auf Prückelpeter gehen. Schädelbrecher, keine Ahnung, warte mal. Du kannst noch Bergbaumeister. Du kannst aber auch erst mal auf eiserner Magen. Dann hast du weniger Hunger. Du musst da oben gucken. Bei Stärke, der Arm. Dann hast du das Rote Kreuz. Und, äh, der eiserne Magen ist, äh, bei dem Kreuz. Bei dem Kreuz. Warte mal, geh. Was hast denn du so alles? Geh mal mal da. Nein, auf den Staten. So. Was hast du denn so? Also. Was ist noch gar nix? Prückelpeter, würde ich reinmachen, erst mal. Prückelpeter, ein. Daumen. Daumen. Jawohl. Sexuell. Bla bla bla. Daumen. Das andere habe ich, ich gebe ihm zu, zu weglaufen. Dass ich schneller wegdrehen kann. Ja, wie du willst. Hier ist der Weg. Ist das besser? Ja. Daumen. 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 Ja, ich habe ihn gesehen. Donnerbüchse. Aua. Ja. Der kam hier hoch, der Hund. Der hat mich. Ja, ist er doch tot. Der bin gleich. Ich habe einen günstenden Hausten. Ach ja. Das ist dein Rucksack. Ja. ich hatte ich komme nicht mehr rein ja ich brauche hier so eine kiste da antwort kann doch den baum hier um machen ich habe einen in die kiste okay haben wir da alles ist mir egal eigentlich was habe ich jetzt noch an punkte ich habe zwei stück bewegen sprung schießen mache ich noch mal so kann ich auch packt als wieder ein hund ich komme blutest du hast du eine blutung wenn du links ein rotes herz hin hast musst du verband nehmen okay ja dann kann es sein wenn du nicht weißt was du hast und drückst du tab dann gehst du ganz oben ist so ein hammer abgebildet ganz oben dann gehst du wieder auf dieses erste köpfchen da steht charakter einmal draufklicken und dann ist sie auf der rechten seite steht was du hast sonst irgendwas 21 uhr helfe 1 20 uhr du kannst auf dem bett spornen oder neben dem bett das kann ja sein also wenn keiner mehr raus geht nämlich mal die kisten die die dinge weg die ich weiß nicht warum das so ist aber kann sein wenn du auf dem bett netz bohren kannst dass du vielleicht neben dem bett oder in der nähe vom bett keine ahnung warum wieso hier abend andy grüßt sich jetzt suche ich erst einmal da haben wir nichts mehr vielleicht leder blablabla hier ist die kiste wo hast du hier ist auch noch kuschelkiste ok nein so da 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 äh ok die ist noch so das hier das hier das das äh das 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 alles hier und das geht auch mit da hier haben wir essen drin das ist eine dose äh hä ok eier maiskolben gut auch mit gnochen die kartoffeln bleiben so warte mal jetzt mal gucken ador vera ist heilung das kann man auch mal reparieren so äh ok so was habt ihr denn noch was hier mal hier war trinken drin hier war essen was haben wir denn ja nitrat mal rein soll ich hier von erstmal den türen zu machen äh wie willst du zumachen mit den dings mit den dings mit den dings ne ich will ein ganz anderes auch die kommen wir eh nicht hier hoch da habe ich aber eine halbe stunde spülen und dann verobachten ja ja du musst du mal wieder arbeiten hast du ja gesagt mhm 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 ja man erst wieder gucken was die leipzig macht ja ja macht man machen muss warum sind hier okay gut ist mir schützt nicht verstehen leder das können wir mal tragen so im end können wir nichts mehr reintun ich weiß nichts wir sind zwei kisten wo ich kein plan warte warte munition den braun für die schmiede der ist gut mehr gut wenn du den in der kiste legt oder so legen wir in irgendeine kiste ich bin gerade ein bisschen an sortieren das ist eine waffe rechts nimmt ihr werdet die piste die was rechts okay okay wir gehen wir hin so hier haben wir noch das weiß ich jetzt okay okay im blatt kisten geschickt okay guck mal ok wir haben essen ist okay trinken ist okay ich bin ja gestorben bei mir ist alles okay im besten es könnte besser können besser sein da oben ist er da muss okay warum ich später für eine schmiede da hinten ist er 0 mm ich kann das schon mal weg ich habe keine 9 mm hier habe ich keine ein kleines und überwollt mich stehen bleiben man muss jetzt umständigkeit vergeht ja nicht schnell genug irgendwie also gehen wir mal in die stadt runter und wir sind mutig wir schaffen das mal deine hand darauf legt okay vorne ist einer kumpel wir haben eine verabredung willst du hin das ist so scheiße der monitor ist total dunkel und über mir die 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 lampe lampe für die face game die blendet mir voll in die fresse dass wie gesagt ich ich will led-platte rechts und links und nicht was mir in die fresse reinblendet deswegen habe ich auch immer mein keppi eigentlich auf weil das ist so ein bisschen die lampe abdecken kann dann bist du dich bücken und dann mit dem bogen aber da ich mach's ich weiß noch nicht was es für ein ist weil da machst du mir schaden wenn du bist ja wenn er dich noch nicht gesehen hat wenn er dich nicht gesehen hat und du bist gebückt dann robert hunde fleisch machen mit dem knochenmesser du hast bestimmt jetzt knochen gesammelt beim messer holst du mehr fleisch aus aus der beute nun bleibt stehen habs habs erschlagen ok so wo ist das krankenhaus schatzi auf zurücklauf zurück den panke man hat so viele file habe ich nicht kann kommt kommt lasst ihn wieder sollte mir vom dach aus irgendwie machen irgendwo hoch stellen der hat gut gleich das ist ein einzelschuss ich nehme eine pumpe ok robert kommst du mal mit der rentier der rent ich weiß nicht warum er rennt aber er wenn würde der kauf zombies angreifen lasse uns mal hier auf das dach kann man mit robert mit gehen mal hier aufs dach hoch hier wo ich bin bei die gt und die kommen mit bitte gucken wir mal ob wir hier aufs dach hochkommen aber ich nehme es auch scheiße hier vielleicht wenn wir in den haus reingehen und von da innen drin irgendwie kann man reich das jetzt bis hier hoch erreicht wie der netten man die braucht es die städte links rum geht darüber ok warte ich würde versuchen hier hoch zu bauen ja immer über hinter dir ist ein stein auf hinter dir gucken ob du jetzt hochkommst ich nehme dann da oben die ding weg die also hier so waren hat nein immer da hoch wo gd ist ja okay bleibt da oben stand stehen ich nehme jetzt hier unten die blöcke weg und dann schießen mit dem bärblatt er kann nämlich jetzt nicht hier hoch ok gut und jetzt wegen mit dem bär weg ich habe ihn getroffen im haus würde der vielleicht naja gut Oh, ow. B habe ich. Ich habe sie kommen runter, kommen runter. Ja. Da kommt ein Digge, Robert, kommt angerannt. Kommt zu, da geht die beim Bär, da kommt einer angerannt. Okay, so, jetzt kann mein Bär zulegen. Oh, das geht schon. Okay. 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 Danke, du bist nicht geboren. Ich nehme meine. Geht ihr da rein? Ja. Okay. Nein, ich gehe ins Krankenhaus. Robert, folgst du oder machst du da drin? Nein. Ich habe es doch. Es gibt für mich. Ja, okay, okay. Hier vorne. Hier vorne. Komm her. Bleib doch hier. Oh, Killer. Oh, Scheiße. Ist das dunkel, ey. Hier ist Krankenhaus. Okay. Hier vorne kommt die wilde Hilde. Hast du irgendwas, um nochmal neben mir hochzugehen? Nö. Wieso lebe hochgeht? Ja, guck mal, du hast ja auch keine Wunder, du hast ja auch die Pest, hast du. Geht nochmal so. So, okay. Ja, Schatz, ich wollte schon, ja, weil hier gibt es Medikamente. Wiederherstellung aktiviert. Oh, dein Leben geht hoch. Kimbel hat ja Wiederherstellung gegeben. Ja, danke schön, Kimbel. Oh, danke schön, Kimbel. Oh, danke schön, Kimbel. Oh. Wenn die das Spiel immer alleine spielen, kriegt keine Hilfe. Hm? Seht die Welt schon ganz anders aus. Aber ich kriege jetzt. Ah, ich kriege jetzt. Ah, ich kriege jetzt. Ah, ich kriege jetzt. Ach. Ah, ja. Ah, ich hab. Ah, ich hab. Du hast schon zwei Wäsche. Ich bin gestorben. Ich bin nämlich krank. Aber nimm alles mit. Hallo. Hallo. Logisch nimmst du alles mit. Ja, logisch nimmst du alles mit. Logisch. Ja, logisch. Alles loko. So, gut. Dann hier. Hier ist der Eingang. Hallo. Wir sind da. Ja. Und ich seh gar nix. Hallo. Dann drüber die hier wälscher. Boah. Hier. Pianasai. Ja, du siehst sie. Okay, pass auf. Warte, warte. Warte, warte. Ich mach das, Schatzi. Hier, dass die Finger weg. Kannst du eine Fackel benutzen? Was ist eine Fackel benutzen? Oder nutzt du eine Fackel? Wenn du eine Fackel benutzt, kann ich schießen. Weil ich seh gar nix. Ja. Ja. Ob ich benutzen soll. Ja. Okay. Ist noch jemand da? Wie die schleichen. Sonst brauchen wir auch keine Fackel. Okay. Ist hier noch jemand, Schatz? Wenn irgendwas ist, geht die. Bleibst du stehen und ich renn raus. Ist das klar? Nein. Alles. Ich hab Vortritt. Was sagst du? Ich bin raus, Renner. Vortritt. Du. Vortritt. Ja. Wenn du so weitermachst, dreht ich dir vor. Tritt. Was ist hier? Ich seh nix. Warte mal ab jetzt. Ich muss doch hier auch mal... Chemiestation. Wasser. Was hast du denn da jetzt rausgekrallt? Ich stralle alles. Na ja, Gott. Hier ist Müll am Boden. Ich drehe drei. Das ist deine Aussprache, Giddy. Fass mal auf, was du sagst. Komm mal her. Ja. Da sitzt deine Ruhe. Bleib stehen. Bleib hier. Da sitzt du da. Warte, warte, warte. Ich weiß, dass da Arne ist. Hab sie? Ich wollte ja auch noch auf die andere Seite gucken. Jetzt gar nichts. Aber dass sich auch noch jemand bequem macht. Wo ist er eigentlich? Der ist in einem Haus ganz alleine. Huch. Ahhhh. 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 Giddy. Bis hoch. Du brauchst nicht mehr zu bücken. Ich muss auch nicht mehr bücken, Giddy. Wo ist er denn jetzt? Hä? Komm, geh die raus, raus, raus. Steufer. Giddy, ich hab die gerade, wenn das so will, sein Leben gerettet. Ja? Mit was? Mit meinem Hammer. Mit deinem Hammer. Okay. Oh Gott, hier rennt doch schon wieder was rum. Geh die raus, 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 raus. Giddy, du Arschloch. Bin ich erschrocken, was die erschrocken ist? Du Scheiße, doch mal. Ich bin rausgegangen und auf einmal war dann und Zombies. Und du bist jetzt so gewinnt. Ach nö, kommt bitte mit, ihr möchtest keinen Spaß mehr. Aua. Nö. Aua. Du vergisst es. Du hast nichts gesagt. Vielleicht ist es schrecklich. Richtig. Mhm. Oh, mein Güte. Ich komm wieder. Oh Mann, kann man das irgendwie klippen? Kann das irgendjemand klippen? Geht das? Na toll, jetzt ist es dunkel. Mhm. Wir würden das gemacht, kann ich das machen, Clip? Wir würden den Clip erstellt hier, was ist das? Ja, hier. Moment. Ich will versuchen, einen Clip erstellen, aber... und dann ist der Klapp. Wie geht doch die Kacke? Oh, wie geht denn die Kacke? Wie geht denn die Kacke? Boah, boah. Boah, boah, boah. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich glaube, das war er. Okay, warte. Kopieren. Ah, da kommt die Zunge. Geh, pass auf, ich tue dir jetzt mal. Ich kann meine, ich muss abkauen. Kimmel, hast du den Clip erstellt? Es ist jetzt geil. Oh, meine Güte. Seid ihr? Ich hab keine Ahnung, warte mal. Okay. Geh raus und geh in die Base. So. Ich bitte echt schön. Ich bitte echt schön. Kimmel hat den Clip erstellt, okay. Die dürften ja. Die dürften ja da sein. Okay, du gehst die Base, Robert. Ja, wenn ihr ausgeführt. Man hat leicht nicht viel Zeit zum... Ja, du musst sofort reagieren irgendwie, weil es weiterläuft. Oh, guck mal, wo die GD ist, ja, ich so oben. Ja, ist ganz eine Menge Zombies hier. Ich komm mal rein. Da ziehe! Ganze Menge Zombies, wegen dir bin ich erschrocken. Das ganze Krankehaus haben wir ja aufgewacht. Geweckt. Aufgewacht. Ja, du wachst mich auch. Das Problem ist die Rennen, Schatz, die Rennen, Schatz, die Rennen. Ich bin jeder, die am Arbeiten. Das hört sich falsch an. Aua, 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 aua. Ich gebe dir nicht. Solange das Satellis gehe ich mit dir da nicht rein. Nein. Was? Nicht so was. Junge, so erschrocken bin ich noch nicht bei Phasmophobia wie jetzt hier. Doch, letztens schon mal. Ja, aber nur in dem... Oh Gott, da ist ein Bär. Ich geh' hoch. Wo? Ich geh' hoch. Oh Gott. Nein. Wo bin ich schon wieder? Wo ist denn Robert eigentlich? Aufgehauen. Ich geh' zurück zur Bs. Achso, okay. Fall gehen. Ja. Ja. Ja, genau da. Rollstuhl. Rollstuhl. Ja, genau da. Rollstuhl. Rollstuhl. Ich geh' doch. Mhm. Die können das Auto zettappen, ne? Ich weiß, das hab' ich letztens gemackt. Und da vorne ist ein Tommy, der kann sogar springen. Dem ist das Auto scheißegal. Naja, da muss er einen Open-Tails-Krieger. Ich hab' wieder 25. Äh, ich hab' wieder 25. Hm. Pfff. Pass mal auf mich auf. Hier ist ein Hund. Benutzern? Benutzern. Ach Gott, ich bin komplett überladen. Tja. Tja. Das macht nichts Robert, das packst du trotzdem. Du brauchst das doch, ne du brauchst doch doch keinen Schmerz. Ja. Okay. Ich weiß, hier ist ein Bär. Immer noch. Hör. Ja. Hier ist alles. Hilfe. Hilfe. Den habe ich schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. Den Hund. Aua, aua, aua. gut. Da ist ein Blöck. Was du hier hier jetzt? Zum Zombie kommt raus. Was der Boot. Zum Zombie kommt raus. Ja, da. Warum. Highland. der rennt achtung hinter dir was hier alles kommt da sollte bär wir sind wegen dir tot bis der das ding nachgeladen hat ist ostern hinter dir also eigentlich wehme okay das ganze krankerhaus schläft mit mehr gelegten stromarsch warum kloppen die da an die tür und seit dem klopft oder mit dahin also im normalfall geht es oder bist du gut gucke mal links unten kommst du jetzt hier hoch ich habe alles ich bin ich bin ich werde wieder geheilt aber ich brauche antibiotika wer greift denn hier noch zu scheiße ist danke oh gott jetzt 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 vorbei oh gott was ist dann das macht keinen spaß im moment ist hier voll chaos wegen dir bin ich fast gestorben aber im real life also wirklich ne also wenn da tot dann dauertod die ist die alle weg ja weit weg von dir weit weg ja ja da will nicht nur ein bär ich krieg ja die plaque ja okay naja das auto steht dann noch bei mir so viel ich bin immer dann sagt der vergesse ich bin immer dann sagt wo bist du denn wer laufen nicht um die ecke da ist ein bär genau und er ist dann lauft doch an es herum jedes haus hat vier ecken oh gott mein schatz ich kann auch zu dir kommen ich mache ich mache auf den zahlen wir spielen kraft ich glaube das ist eher was für uns beide ja okay macht gut na ja okay dann wünsche ich ja alle eine gute nach die leisen bitte ja dann kommen doch mal her kommt schnell schleichen ich habe einen sack hier ich hole jetzt meine sack auf oh gott die kankenschwester kommt gehen wir heim oder gehen wir an die kankenschwester platt ich habe keine ahnung irgendwas ja der liegt ich nehme gerade meine munition und dann geht es los du gehst voll du gehst voll ich geh schon wieder voll warum nicht ach guck mal wie sie trödel ich muss erst mal gucken wie viel platte ich noch habe mhm hallöchen nein so weit waren wir schon immer ab wie geht es hier ist ein keller hier können wir runter komm ab in die leichenhalle du weißt wie hoch du laufen darfst bis du oben sauber machst wer sagt dass ich abhauen will bleich dich und gutes ich bin geließe ich bin geließe so ok gut ah warte 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 ich war doch hier irgendwo komm schon lauf doch bei mir dreht sich die ganze zeit das bilder passiert go nix doch jetzt passiert was wie kriege ich das wieder klein doch wie warte warte oder ich bin geließe die du kannst oder hönig steht ja ja ich weiß ja warum kannst du keine feine machen machen zwei federn zwei federn ergo zwei pfeile bildet ihr wenn du mich suchst ich bin oben schnauze raus recht rum du verblutest falsch du verblutest du verblutest scheiße ich weiß nicht wie viele von der decke darunter fallen geht es doch ich habe dich gar nicht gefeilt ich kann er kippen ich kann er kippen aua aua was machst du denn ich bin auch gleich tot ich will nur kippen das war eben das war eben ich komme ich komme jaja wie krust die kloppen an die falsche türen den rucksack kommen lasse das im krankenhaus dann geht du rein ich warte ich weiß dass keiner von außen kommt du hast du hast du das hat raus gehört von an meinem greifen es wird mir normalerweise meinen reichen das ist gut wenn du unterwegs bist wo bist du da vorne ja warte ich mache dir die zombies weg ist darf nichts werden ich muss jetzt mal gucken was die leute ja alles geschrieben habe ich habe keine ahnung wenn um dein leben okay die kippel hat da bis irgendwas erstellt und wieder rein die smootig die sagt nö das packen wir so nein nein ich bin es kaputt das ist groß ich bin es kaputt okay start nochmal tausche frau gegen benzin wer hat benzin wenn sie da existiert heute noch ein t shirt so okay ich bin halt tot irgendwie ich bin ich habe ich habe kratzer und wasser du ist alles die bringen wir mal was zu saufen damit ich bin doch auch da der bär ist auch noch da ah scheiße ne warte stop 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 ach so dass du nicht erinnern ich joggen gehen ich kein bock zu sterben leute kein bock so zombie geschwindigkeit gehen auch plündere jetzt ist es gut was jetzt hört man sich das reicht doch die leute wollen die lachen hören das kann natürlich passieren also der bär ist nicht weit weg von mir ein clip erstellt hier die kinder hat clips erstellt ich habe clips erstellt naja dass die sind die clips sind da so es hat nichts mit beweise zu tun bett zum biokalypse ist abwesend die die euler oder mama mia hier we go again ich will jetzt zu hause also eigentlich wollte ich ins krankenhaus und medikamente zu finden bis wir daraus kommen haben wir alle gefressen weil mir die medikamente weil wir sie gebrauchen bei mir leben wieder rauskommen wollen wo bist noch da ich gehe mir habe aber nicht unser ziel erreicht ich habe gesagt ich will eine tankstelle finden aber dann wurde ins krankenhaus ja weil wir nur halb tot hier um rennen du hast eine infizierung ich habe irgendwie die kretze am bein ich bin auf dem weg nach hause ich komme jetzt erstmal die taschen leeren und dann können wir ja was weiß ich wohin ich habe schon mit den armen gebrochen und weiß nicht mal warum am ende ding warte mal wir brauchen holz wir brauchen was sind das hier schiene die schiene klebeband wer hätte es gedacht wir brauchen klebeband lebeband okay zwei stunden dann habe ich hier ein dachschaden für zwei stunden er klebt eine kiste an der wand dazwarte robert ok da können wir daran aber über diese kiste wenn die zombies drauf hundertprozentig hoch bin mir ziemlich sicher dass sie es können gut ist nicht tragisch okay so jetzt muss erst mal meine sachen weg tun so auch wieder sehen packt weg das haben wir hier hinten drin das hier haben wir das hier ein schlagstock brauche ich nicht das machen wir mal mit ja von mir aus ja gut du mal okay er sind leider irgendwas für euch hier so also da ist nichts drin aber hier klebeband habe ich gesagt ne besser klebeband habe ich gar klebeband was wollen wir jetzt holz und stoff doch 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 das haben wir schon mal drum gewickelt okay also irgendwie in den sperrjäger will ich nicht wo habe ich denn jetzt mein fleisch hin ich habe doch fleisch fünf gläser ihr gläser vielleicht irgendwas hier sind federn drin schatz in der kill in der linken kiste ganz links ganz rechts richtig richtig gut gut mitgedacht gut mitgedacht sehr ruhig da machen wir da neu ich will t und jetzt geht's ab hier jetzt gibt es oder das ist okay hast du irgendwie ein medikament für mich nitrat also ich weiß nicht was passiert ganz bald ein scheiß wird sich nur wieder umbringen rezepte ich habe kopie ich habe keine pfeile gemacht 106 stück schatz ist hell und jetzt was hell ich stehe mir hier auf dem dach um ist gut was erzeugt denn vor allen dingen wollen aber so hier hat sie legt der mann hierhin hier guck mal schön eingepackt hier eingepackt eingepackt nehmen was machen wir gehen wir ins kranke haus ja gut macht so viel wie gehen ja jetzt beschließen jetzt hast du noch ein anderes problem du hast zwar jetzt ein pfeiler jetzt musste nur noch schießen lernen gut also ich bin schon mal auf dem weg na ja dann habe ich dich im auge ich habe dich im auge ich stehe oben zurück steckt und guck mal da hoch da bin ich doch ja es ist immer ich bin jetzt so wie du ich bin ich das willst du erzählen das würde oh ja das würdest du gerne was 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 ich jetzt mache ich hole den bär wenn an dir vorbei und dann frisst er dich vielleicht 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 aber nicht weiter dann renne ich weiter und renne ich weiter und renne ich wieder frisch oh Gott hat mich beglaubt was ist eine Frau was ist eine Frau was ist eine Frau was ist ein Mann was ist ein Mann Bailand guck mal bei mir hier links die guck mal bei mir hier die Liste wird immer mehr kranker wird immer mehr immer mehr links die Liste wird immer mehr krank 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 ja weil du bist ja gestorben ok los geht's das ist schon wieder mein Dachschad ich brauch Schmerzmittel glaube ich oder was ist denn das hier das Ding Schmerzmittel ja wo ist der Bär sei vorsichtig ich renne jetzt einfach rein ja der kann ja hinterher mit dir tun ich muss auch noch rein ja komm doch mit ja aber wenn du doch vorrennst und der Bär dann hinter dir ist nee der ist weg ich habe doch neu gestartet der ist drinnen der ist in der Tierarztabteilung komm 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 also gehen wir in den Keller oder hoch ähm willst du zu den gleichen besuchen? bist du da runter? ja da waren nicht doch unten oder? aber war noch nicht fertig da war nicht doch unten wo ich gestorben bin war nicht doch unten wo ich gestorben bin ja und dann sind sie vom Dach gefallen wirklich, 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 wirklich wie wo ich vielleicht gesagt habe aber ich kannst du geh die meine Beine sind schneller wie wenn ich was sagen kann hier sind wir untergekracht guck mal da hoch das steht doch schon mit der 1 2 bleibt gedruckt darum sind welche immer noch es ist der färzt den wir sind noch mehr wir sind alleine schatz bleibt stehen hier ist weg am boden hatte ich mache den dreck weg und ich gucke weiter bleiben ja jetzt weiß ich nicht aber da war da war da bleibt da bleibt da ich guckte was bist du dies jahr was dann so wo bist du jetzt ja dann geht doch mal weg ich muss immer hoch ja dann nehmen das ein pfeil drin ja okay hier oben ist kein zombie mehr jetzt ist sauer okay ich muss noch einen bogen reparieren das kaputt und man ist natürlich magst du die mal bitte aufmachen läuft gleich wieder weg und geht immer reingucken da ist ein rucksack ich gucke ja mal nach kannst du lesen ja irgendein papier und hier so hier lernst du wieder mit speck machst wie warte vorsicht ihr könnt schon wieder gefährlich sei da liegt einer da liegt eine ich muss doch gucke der schnitt in den dreck hier ein lauf ist zitierung wenn was ist gd ich renne hier raus ich lass dich alleine ist mir egal ja habe ich ich lenke mich mal jetzt ein ab oder ok du machst das gut richtig gut machst du das warte da ich sag mal ruhig ich war schon dass hier viele sind hier ohne wenn du da rein guckst nicht alle leben wir haben die hier zitiert oberen auch können alles sein vorsicht da könntest du auch nicht klatschen ja 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 oben 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 ich bin draußen okay ich mache jetzt so okay hier ist auch ich muss suchen ich muss suchen habe aber also du hast du noch andere sachen in der hand was so noch andere knüppel wenn stressig wird machst du ja nix was denn kommen wir auch rüber die lampe sagt aber wir müssen hier hoch ob wir sind durchgang geht hier sind durchgang nein dort wartest jetzt ist die reiche die gekommen sind heraus weil du weißt ja ich höre was ich weiß sind wieder rauskommt ja aber du brauchst du stehen bleiben so alles gut jetzt ist checkt hier ohne achtung 32 plums hier ist aber nix grad oder was haben wir hier entriegeln dazu da wackelt einer da vorne sind wir heute mal da vorne waren er drin wo geht es denn hierhin ich habe keine ahnung wo wir jetzt sind verschlossen ist kantin oder ich hab sie ich glaube jetzt okay ich mache die tür hinter dir bis verrückt das sieht aus wie eine kantine ja du mich ich bin geduckt übung übungen für lebende soll es ich bin lebe ich glaube da sind ein paar okay dann war das bein geschossen da oben da ist noch die krankenschwester bleibt los stehen es kann sein dass ich sie sind alle und guck wo du hinläufst wenn da dreck ist sei vollstich wo ist hier der scheiß ausgang jetzt sind wir im krankenschwester raus geht da ist noch einer oder stinken du hast einfach geschlagen lieber hinter dir man noch eine hinter dir sind ein paar mehr okay wir haben bald das siebte dar und plödel hier nur um das ist ja genau wir haben nicht mal eine gescheite wohnung für den wir sind tot das ist ganz logisch das ist die gläubige an fressschrank hier ist ein bier willst du auch bier ich nehme mir jetzt ein bier hier ich darf nimm wie du trinkst du den alkohol das war mal früher anders mit aha also jung darf mir bier trinken wenn wir alles nicht mehr ich habe gerade bier getrunken ich sehe nichts wir sollten dass ich hier arbeite ja genau mit dem großen hammer ja das ist ja auch oben oben über uns wir haben schlecht wetter es regnet zombies also so richtig aber so so hundertprozentig alles durchsuchen wirst du nennen naja wir wollen wir haben was drin nein geht immer die wir zu bekommen okay achtung ich bin noch was er kommt kriegt der paar hallo kommt rein jetzt achtung kuckuck mit hier ich höre hier irgendwelche zombies laufen wir sind gerade im kreis gelaufen ja gut komm ich schaue den scheiß hinweg ich wollte ins krankenhaus weil ich nur ich rumlaufe ich will hier raus ich will hier raus mit oder drüben ist auch noch was haben wir reparieren wo sind welche wir sind hier draußen oder oben oder irgendwo geht hier kommen wir raus ich weiß doch kommt lass gut sein kommt kommt es gut kommt raus nein wir sind hier fertig hier gibt es nichts mehr ich weiß dann kommen wir hier raus was passiert wenn ich jetzt hier drauf kloppt ich sehe doch nichts da ist ein automat ist eine küche das auch eine küche kommt kommt ich glaube da war mir schon kommt ist die kantine ja da war schon raus glaubt noch mal im kreis exit hier steht exit hier gehen wir raus hinter dir und ich habe keine austauere vitamine brauchst du Vitamine ich brauche einen verband glaube ich du bist ja wirklich verboten aus danke du bist auch du bist auch hässlich wo exit steht glaube ich könnte mir auch aus hier benutzen aus der sehen ja warte ich lute von hier ich lute gar nicht tschüss geht es zu aber hier steht doch exit auch kommen kommen wir brauchen anderes exit wir sind von hier kommen wir sind von der decke runter gefallen wir können ja auch hier bauen irgendwie ich bringe uns hier raus ja wir sind von hier 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 hoch hier hoch hört doch auf hier rum zu hauen doch kommt auch jetzt hier hoch dort sagt geht es geht nicht oder jetzt ab ja ja noch eins wie noch eins jetzt bekommen wir nicht dort das müssen wir weg kloppen und dann haben wir es erstmal mit das sind 500er oben das dach oben oben ja schießen kaputt genau nein ich bin doch nur schlicht nicht mehr gut und jetzt hier zapp gut ich will hier raus ich hab keine lust du bist böse du bist scheiße wo bist du jetzt rumgelaufen immer noch ein bisschen leise schatz wir sind wir haben es doch nicht geschafft hier sind wir auch reingekommen folge mir ja dann sind ok ich bin mal recht mal nicht ich bin raus ich bin der die du kannst dich mal lautern dann renn doch mal wo bist du jetzt hier gerannt ja gut nein komm zurück falsch komm hier rein und dann links du bist du bist im garten du bist im garten wo bist du denn raus du bist an mir vorbei gerannt du linke du linke vorel die rennt vorbei und sagt nichts au geige ja da mach ich wo denn ihn da kommen ja noch mehr wo denn hin nix erst mal ich gehe jetzt haben der hat schon mal lust mehr okay gut nacht wo ist die richtung da ich hier fast vom stuhl falle sagt ich gute nacht und nicht viel spaß noch viel spaß ist anders und gute nacht auch die kinder gut nicht gut wurde hinläuft ihr habt schon noch ein tablet und irgendwo das ist genauso die leute mit dem handy vor der fresse rumlaufen und bis wenn das suchst sind wir gelaufen und ich verlaufen also sende geguckt haben ich wollte antibiotika du kannst dich aber gern haben zurück wir können zurückgehen da brauche ich noch habe ich noch mehr verletzungen und geht es gar nicht gut ja ich ganz fantastisch bin total begeistert wir sind gleich daheim du bist gleich daheim was machst du noch ich bin überladen dragon ninja grüß gott ich denke ich würde früher grüßen wenn das so weitergeht so mal ich bin grad bin bisschen indisponiert ist habe ich habe 16 prozent irgendeine infektion ich habe eine schirfwunde am knie ich habe ein verband am arm ich habe alles eigentlich so hoch komme ich nicht ich habe das so gelesen als ob tommy ein kind verabschiedet hat so habe ich das verstanden entschuldigung tommy falls du noch da bist gut nächtel wir sehen uns demnächst wieder irgendwann ja lacht und ich will raft spielen ich habe will ja nicht mehr wegen dem spiel lebe ich dem spiel lebe ich noch mehr lang die pumpe kaputt ja ist so da ist ein zombie ich sag komm wir gehen raus kein problem gehen wir raus so auf einmal greift die grüchen oder du ich weiß weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr ich habe ich habe einen schock ich kann nicht mehr reagieren ich habe mich geschockt bist du daheim ach so so gut geht es dir okay ich gehe hoch legt man scheiße die kiste und die klone gehst du arschloch was lebt noch ich habe einen schock ich bin und unzurechnungsfähig oder so sagt mir dazu nee oh gott heißt es ja was möchtest du also gut wer hat mein topf geklaut und mein grill was möchtest du kannst du schon gar nicht spiel doch mit jeder spielen oder weiter bist du krank nee ich bin fix und alle ich bin doch nur derjenige der hier so langsam den löffel abgibt hast du eine ahnung und zweites feuer du eierkopf es wird gerade so ausgerutscht nee du kannst dich gern haben ich bin unzurechnungsfähig gerade ich weiß nicht weil wir hier was funktioniert mehr weil ich einen schock habe ich bin geschockt ich das ist wie ein autofahrer wenn der den unfall hat ist der erste mal geschockt weil du mich erschreckt hast ich reagiere nur noch ich weiß gar nicht was ich tue ich reagiere einfach mein körper macht obwohl das gehirn ausgeschaltet ist ach so schlimm ist das doch gar nicht was sagst du gut ein magen knurrt mich schon an was haben wir denn hier essen hier sind bärchen irgendeine dose was ist denn das hier das ist Tee der gehört mir eine knarre hier ist ein Toastbrot das gehört ja ist doch gut so ich weiß nicht was ich hier tue hier ist essen Dosen keine ahnung also das ist hier ich habe keine ahnung was ist dann hier los guck mal was ist eine unordnung mach doch mal Ordnung nee ihr habt das verhohnnackelt dann macht ihr das auch richtig ihr habt das verhohnnackelt das ist doch das Geld okay so irgendwas höre ich bist du das hast du neun backscreen nö in der Dusche ne 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 das ist das ist nur eine Koldecke also ich habe ja hinten dieses diesen Stände wo mein grünes Tuch nochmal drüber hängt aber weil das mit der Kamera immer so ein bisschen blöd einzustellen ist wegen Licht und Greenscreen habe ich da jetzt einfach so eine so eine Decke drüber ne über diese danke und das ist halt das ist so eine so eine Stoffdecke keine Ahnung so also ich gucke jetzt nur noch was du machst ich keine Ahnung ich mach nichts mehr ich hab äh bin schattest du mach mal ich geb eh gleich um guck mal ich hab 18% ich hab hunger ich hab Durst ich hab alles kaputt warum nimmst du da nix geht ja weil nix da ist deswegen sind wir ins Krankenhaus ja esse was bringt mir ist esse mit dir nicht mehr mit dir nicht mehr wie warum warum bist du mit mir nicht mehr erzähl schon weil du mir den letzten Nerv raubst mich umbringst du mich ich hab keinen Schmerz warum hab ich denn hier kein Schmerzmittel ne weiße Tablette nicht die blaue die weiße was machst du da du was klopft du das sind keine Steine das ist Sand hörst du das nicht dann ist Sand halt warum machst du das warum nicht hat sie oh Gott komm der kommt mal was blind denn oder nix ein Haus aber da ist oh da hinten geht ich komm mit hier hinten gibt es Essen was hier hinten gibt es Essen ja hier ist ein Bauernhof hier kommen wir nach LS 22 oder LS 19 ich komm hier ist ein Bauernhof wo bist du? äh hier übers Wasser da ach ok ich hab gerade den Schluck jetzt wieder weg da ist ein Baum Dingsbombs der Kontrast zum Schmerz danke danke ich hab vor weil wie gesagt ich kann mir diese LED Panels noch nicht holen äh ich hab vor eventuell sowas in der Art zu machen mit einem weißen Tuch oder eine weiße Wand und äh dann mit LEDs obendrauf sodass man hinten so eine LED Wand hat so ein bisschen so eine weiße Wand angestrahlt mit LEDs mal das mit dem Greenscreen wie gesagt das will ich auf jeden Fall ein Greenscreen aber ich brauche halt auch das Licht dazu ja ok so hier können Hunde sein und hier kannst du den Mais wegholen die grünen die braunen brauchst du nicht die grünen wegkloppen mit dem Hämmerchen ja das weiß ich das hab ich mir schon mal angezeigt ich war hier schon mal ja ja ok so und wo ich alleine gespielt hab mit wem wann wie wo hast du alleine gespielt ich hab doch alleine gespielt habe ich doch geschlafen nein nein ich hab das nicht gesehen du hast du ja alleine hier ja sie verarscht mich nein du spielst du spielst du allein du willst immer mit mir spielen gell ok schatz was anders ist gerade eingefallen würdest du dir zutrauen xbox zu spielen geht ja gar nicht ich brauche ja xbox plus dieses live ja hier am Maisfeld wie ach schatz du dursche du dursche wir müssen doch wieder zusammen machen ich habe auch ach Gott ja so hier einladungs raus langsam hier sind zombies rennt so kein haus das ist eine scheune ich kann nicht mehr ich bin geschockt ich bin fertig jetzt gehabt schon da kommt weh wo bist du ich wäre von zombies hier angegriffen und sie lassen mal die leuten ruhe auf der anderen seite bei der roten scheune du kannst aber das andere haus durchsuchen in dem bad kann sein dass du da ding findest ja vielleicht findest du im bad heilmittel ich mache das andere hier und er mir ich muss jetzt mal alles hier Was ist der Klapp? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. du hast besuch mitgebracht du bist ja immer das hast du gespürt was willst du jetzt machen ich habe keinen mehr das sind die falschen brauchst du nicht zu nehmen ja gut hier sind wo sind denn die holz rahmen das sind sie hier hoch eingebrochen die sind ja nimm ihn gehoch vorsichtig weil es hier mit der abwärts geht ich war hier ja weil wir hier sicher sind okay ich mache das spiel aus ich habe keinen bock mehr leute ich mache feierabend gute nacht wir sehen uns morgen bei irgendeinem schweißdreck genau haut rein habt er noch einen schönen abend oder was auch immer ihr noch treiben wollt ich bin fixen fertig ich habe lust ich habe hunger ich auch psychische betreuung und geschockt bin wir sehen uns später oder ein bisschen was gut der will gut nach